Hier sind wir in der Bundesliga, am Mikrofon Wadi Beutmann und Frank Buschmann. Frank, wie siehst du die heutigen Gäste? Langsam dämmert Ihnen, dass es möglicherweise wirklich für das europäische Geschäft reichen könnte. Und das wäre ein fantastischer Erfolg. Vielen Dank. Der Schiedsrichter hat angefiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Ja, so kann es weitergehen. Achtung! Und jetzt! Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach... Der Heimung wird es geben. Der Schiedsrichter hat angefangen. Der Schiedsrichter hat den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat sich nicht gewidmet. Der Schiedsrichter hat sich nicht gewidmet. Und Tor! Er erhält die Nerven! Ganz souverächtig. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben. Jetzt behält euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Ein sehr schöner Pass. Da liegt der Freirundeball, holt ihn euch. Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sag Ihnen, da gibt noch was in diesem Spiel. Jetzt sieht er ein unglaubliches Tor! Jetzt ist dieser Vorsprung schon uneinholbar. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aus nächster Nähe abgeschlossen. Keine Chance für den Kieper. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Aus vorbei, das Spiel ist zu Ende.